In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du eine Bluetooth-Maus mit deinem iPad koppeln kannst. Das Koppeln einer Maus mit deinem iPad bietet dir verschiedene Vorteile. Erstens kannst du dein iPad mit der Maus bedienen und zweitens ist es möglich, dass du zusätzlich eine Art Cursor einblendest. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn du den Bildschirminhalt deines iPads beispielsweise auf einem Beamer zeigst. So ist es für deine Zuseherinnen und Zuseher nachvollziehbar, wo du gerade tippst. Zuerst koppeln wir die Bluetooth-Maus mit unserem iPad. Das geht in den Einstellungen, im Menü Bluetooth und du siehst hier meine Microsoft-Maus, die ich normalerweise mit meinem Surface nutze, wartet bereits auf das Koppeln. Wenn du noch nie ein Zubehör via Bluetooth mit deinem iPad gekoppelt hast, würde ich dir empfehlen, das Video aus dieser Serie anzusehen, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich klicke also auf die Microsoft-Maus, bestätige das Koppeln noch mit Pair und schon ist die Maus mit meinem iPad gekoppelt. Du siehst hier nun einen Cursor eingeblendet, der genau zeigt, wo ich mich mit der Maus bereits befinde. Diesen Cursor kannst du in den Bedienungshilfen aktivieren. Dazu scrolle ich in den Einstellungen zu den Bedienungshilfen und dort gibt es jetzt einen zusätzlichen Punkt und zwar die Zeigersteuerung. Klicke ich auf die Zeigersteuerung, habe ich nun die Möglichkeit die Zeigergröße zu verändern. Du siehst hier nun einen großen Zeiger, nun wieder ein kleinerer Zeiger. Ich kann die Farbe des Zeigers ändern, beispielsweise auf einen roten Zeiger wechseln, kann auch die Randbreite des Zeigers ändern, nun ist ein dicker roter Rand zu sehen, ich wechsle wieder zurück und ich kann auch noch das Scroll-Tempo einstellen. Das bedeutet, wie schnell ich mit meiner Maus nun durch Menü scrollen kann. Zusätzlich hast du hier noch die Möglichkeiten mit erhöhtem Kontrast oder den Zeiger automatisch auszublenden. Das Verbinden einer Maus mit deinem iPad ist wirklich eine praktische Sache und vor allem im Schulkontext durch die Zeigerdarstellung sicherlich eine Hilfe, wenn du mit deinen Schülerinnen und Schülern neue Inhalte am iPad erarbeiten möchtest.